So, Freunde, jetzt geht's auf den Downhill, nein, auf den Evil-Eye 1. Ich guck mich mal, ob die Gieser hier auch was verändert hat. 1, 2, 3, den kenne ich eigentlich auf irgendeiner Sicht, außer es hat sich was verändert, dann nicht. Guck mal, die Saatlieger hier ansehen, ist das schön. Da hab ich mich ein bisschen verfahren. Guck mal. Hier müssen wir ganz außen ran und dann treten. Also der ist wirklich eng. Wo bleiben sie denn? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal drüber. Aber der ist ziemlich ruckig. Hier ist ein ganz kleiner Sprung. Und hier haben sie komplett umgebaut, das hab ich von oben schon gesehen. Dass man gerade jetzt hier rechts raus kommt und nicht links. So, Freunde, das war jetzt der Evil-Eye 1. Und hier könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob ihr vorne auf die Dumb-Line, auf die Downhill oder auf den, ich hab den Namen vergessen, blende ich euch ein, gefahrt. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt, Daumen für Spaß ohne Ende. Und wir sehen uns bis dann. Servus, ciao und auf Wiedersehen.